Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge der Genuss Momente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist, Martin. Ich freue mich auch extremst, heute wieder dabei zu sein, weil wir heute auch ein Thema haben, was sehr geschmackvoll wird, glaube ich. Aber bevor wir in dieses Thema eintauchen, was genießt du gerade? Ich genieße ein, wie beschreibe ich das am besten? Es ist ein Sake. Okay, ja. Ich hatte erst überlegt, es ist ein Shoyu Sake. Also es ist einfacher japanischer Reiswein. Trinkst du ihn warm oder kalt? Ich trinke ihn tatsächlich leicht erwärmt. Nö, weil ich mag es lieber, wenn er so, also jetzt nicht mega heiß, sondern ich meine, wir haben heute irgendwie 28 Grad gehabt oder so. Aber so halt etwas leicht Raumtemperatur, 25 Grad, 26 Grad, weiß ich nicht so. Also halt nicht gekühlt, will ich sagen. Sorry, ich bin heute ein bisschen umständlich. Das Thema hat mich so aufgeregt, deswegen. Aber bevor wir dazu kommen, Martin, was genießt du? Ich genieße heute keinen Whisky. Ich genieße einen Evening Chill Tee vom Teeshop Golden Time. Kann man an der Stelle sowohl den Shop als auch diesen Tee nur empfehlen. Denn das ist ein aromatisierter Tee. Es sind gefühlt tausend Sachen drin, aber er ist echt, also Evening Chill. Ich habe dein Video dazu gesehen und ich kann nicht erwarten, den zu probieren. Ja, das ist, du wirst ihn ja auch in Kürze probieren können. Und es ist einfach ein großartiger Tee, der sehr viel Spaß macht. Sehr schön, sehr schön. Aber Martin, ich war gerade schon so aufgeregt wegen unseres Themas und habe mir passend dazu das Getränk rausgesucht. Und zwar geht es um unsere lieblingsjapanischen Gerichte. Ja, und ich habe tatsächlich noch nie Sake getrunken, aber ich habe deswegen gedacht, heute passend zum Thema mache ich mir zumindest einen Tee. Okay, dadurch, dass Japan ja auch eine große Teekultur hat, ist es jetzt nicht nach, es ist kein japanischer Tee. Aber ich wollte halt auch schon ein bisschen eintauchen, weil ja, es geht um unsere japanischen Lieblingsgerichte. Und Dave, hau mal direkt einen raus. Dann fange ich mit einem Klassiker an und zwar Miso Ramen. Ja, also es gibt ja verschiedene Arten von Ramen, die Shoyoram, Shioram, Tonkotsu und Miso. Und ich mag die auf Miso basierende Ramen sehr gern, vor allem, weil ich die auch gerne scharf esse. Und dann halt, die mache ich mir auch gerne selber. Also ich habe echt immer Miso-Paste eigentlich im Haus. Und wenn man die selber zubereitet, bitte achtet drauf, Miso-Suppe. Also wenn ihr die Miso-Paste reinpackt, nicht kochen lassen mehr. Das sollte heiß gewesen sein, aufgehört haben zu kochen, dann die Miso-Paste reinrühren und gut isst. Ich esse die oder ich mache sie mir gerne mit etwas Kimchi und versuche dann so ein schön halb weich gekochtes Ei dazu und so. Und dann natürlich den Lauch ziehe und so als Garnitur noch dazu. Aber also Miso-Ramen ist für mich einfach so das Ding schlechthin, was so Comfort-Food und so aus Japan angeht. Ja, also ich meine, Ramen ist ja, ja, wie soll man das sagen? Ich glaube, ein universelles Glücksgefühl. Absolut. Also egal, in welche Richtung es dann geht, aber ich glaube, ein guter, selbstgemachter Rahmen, das ist halt einfach. Ja, dazu müssen wir nochmal ganz kurz sagen, also weder du noch ich waren in Japan bisher. Aber ich habe lange Zeit in Düsseldorf gewohnt, wo es eine sehr große japanische Community und sehr authentische japanische Restaurants gibt. Und habe da auch ein wenig, vielleicht ein wenig zu viel Geld gelassen. Und ich glaube, auch du hast schon ein wenig authentische japanische Küche kennenlernen dürfen, oder? Ja, eben auch durch meine noch aktuelle räumliche Nähe in Düsseldorf. Was halt auch tatsächlich dadurch, dass die japanische Community da ja sehr stark ist, halt auch den Vorteil hat, dass du halt zum Beispiel wirklich große asiatische Supermärkte hast. Wirklich mit einer guten Auswahl, wo du wirklich auch alles kriegst, was du brauchst. Und dann nicht auf, wenn du halt Gerichte zubereitest, auf irgendwelche, ja, Substitutes ausweichen musst. Richtig, richtig. Ja, aber wie gesagt, wenn wir doch schon beim Rahmen sind, dann würde ich direkt meinen Lieblingsrahmen reinwerfen, nämlich Tantanmen, beziehungsweise Tantanmen Rahmen wird es, glaube ich, auch genannt. Und geht ja tatsächlich schon eher in Richtung Fusion-Kitchen, dadurch, dass einige chinesische Einflüsse... Ja gut, Rahmen generell kommt ja eigentlich aus China, wenn man ehrlich ist. Ja, aber es wurde ja quasi auch durch Japan so kultiviert, wie wir es dann hier kennen. Ja. Und so wie es auch quasi dann raus in die Welt gegangen ist. Ja, und da ist es halt ein Rahmen, wo auch zum Beispiel eine Sesampaste drin ist. Und was ich tatsächlich mache, ich mache halt klassisch, ich mache nicht dieses halb weich gekochte Ei, was daran liegt, dass es ein Gericht ist, was ich oft mit meiner Schwester zubereite und sie mag gekochte Eier nicht. Okay. Aber, Geheimtipp, Spiegelei. Okay, okay. Mega, wirklich mega, bringt halt nochmal eine etwas andere Textur mit ins Spiel. Und wenn du es dann halt so machst, dass das Eigelb noch flüssig ist, hast du halt im Prinzip diesen gleichen Effekt. Hast aber auch nochmal irgendwie eine andere Ebene von Röstaromen, die du mit reinbringst. Und von daher, Geheimtipp, Spiegelei, ach ey, das ist, und es ist, es ist halt auch relativ scharf, aber tatsächlich halt auch so, dass ich auch nicht aufhören kann, bis ich auch die komplette Brühe weggelöffelt habe. Also da wird einfach, und danach, auf gut Deutsch gesagt, brennt mir der Mund, es ist mir egal, es ist mir absolut egal. Das ist, weil ich auch festgestellt habe, dass, was ich an Rahmen so mag, ist, dass Rahmen etwas ist, was wirklich dir ein super Sättigungsgefühl gibt, ohne dabei schwer zu sein. Ich habe mal Tonko zu Rahmen gemacht, ja, das ist ja das aus Schweinekochen und so, äh, Schweineknochen, nicht kochen, aber die kocht man dann eben aus, ne, und daraus eine Brühe gestellt, hat echt, also ich habe einen Tag lang daran gekocht, bis die, bis die Brühe fertig war, und habe mir dann auch entsprechend alle Zutaten, die man dann, also die, die, ne, die man da zulegt zur Suppe und so, ähm, das war sehr aufwendig, aber ich muss sagen, das war es auch wert. Also es hat echt gut geschmeckt, ähm, auch wenn es nicht ganz so war wie, wie im Restaurant, aber das war auf jeden Fall unglaublich lecker. Und ich finde, ähm, was, was ich auch sehr mag, ist, ähm, du kannst halt alles möglich mit in so eine Ramensuppe reinpacken, ja, also du kannst halt Tofu reinpacken, wenn du welchen da hast, eben Kimchi mag ich ja gerne, wenn du Hackfleisch oder so hast eben, ne, oder Tantamien-Style, da ist ja auch meistens Hackfleisch mit drin und so. Ja, ja, also Rinderhack haben, nehmen wir da meistens. Genau, also, ja, ne, ähm, und so, da, da kann man ja unglaublich flexibel sein, wenn man Fisch mag oder so, ne, kann man Fisch mit dazu packen, ähm, es ist, und das ist es halt, es ist so flexibel, ja, ähm, und von daher ist es Rahmen, glaube ich, ein absoluter No-Brainer, wenn wir über japanische Gerichte sprechen, oder? Ich glaube sogar, dass wir da sicher nochmal die ein oder andere gesonderte Folge, äh, zu machen werden. Vielleicht, vielleicht, ja. Vielleicht, ähm, aber vielleicht, ähm, dann mal weg vom, vom Rahmen, ähm, was hast du denn noch so am Stab, wo du sagst, boah, wenn ich japanisch esse oder essen gehe, das ist einfach so ein No-Brainer. Ähm, also, was, was ich auch gerne mag, sind die sogenannten Donburi, ja, ähm, also Donburi sind an sich, ähm, so, also, das Wort an sich bedeutet Schüssel, also, ganz basic, japanisch kann ich, ja, ähm, aber meistens wird es abgekürzt als Don, ne, Katsudon, Gyodon und so, ne, und ich mag Katsudon sehr gerne. Ja, also, Giodon, oh ja. Ja, also, ja, also, Giodon ist, das ist halt, ne, gutes Rindfleisch, kostet halt ein bisschen mehr, ne, deswegen Katsudon ist so die, die, ähm, kann man sich häufiger mal leisten, sag ich mal, ne. Ähm, ist halt ein, auch ein traditionelles japanisches Gericht eben, ja, du hast einen Schale Reis und dann hast du verschiedene Garnierungen dabei und dann entsprechen die verschiedenen Namen, je nachdem, welche Fleischart oder welche Beilage du dann hast, ja, ähm, ich mag auch Unagi-Don sehr gerne, Unagi ist ja der gegrillte Aal in dieser süßen Soße, die man auch auf, auf, äh, Sushi sehr oft hat und ich liebe Unagi-Nigiri, ja, ähm, und, äh, Unagi-Don ist dann auch sehr lecker, ähm, Katsudon, Giodon, ähm, finde ich super lecker, ähm, und natürlich Kimuchi-Don, ja, Ja, Kimuchi, äh, äh, ich liebe Kimuchi. Man hört eine gewisse Kimuchi, also wer schon jetzt die ein oder andere Folge dabei ist, stellt fest, der darf lieb Kimuchi. Ich meine, du magst es nicht riechen, aber es schmeckt halt unglaublich lecker. Es schmeckt und da stehe ich auch zu, also es ist nur der Geruch, es ist dieses stark fermentierte, was ich am Geruch nicht mag, aber der Geschmack ist halt Bombe. Ja, ähm, nee, also deswegen, ähm, und ich finde, ach, es ist, es ist so simpel, ne, äh, du kochst dir den Reis und dann machst du dir dann, äh, ein, zwei Beilagen dazu, ähm, und mit Kimuchi, ich kombiniere auch gerne einen Katsudon mit Kimuchi noch, weil ich einfach Kimuchi liebe, ja, ähm, und, und, also Katsudon ist halt so ein paniertes Schweineschnitzel quasi, oder ähnlich wie ein Schweineschnitzel, ne, ähm, und, ähm, ich finde es einfach super lecker. Ah ja, das, es ist schon länger her, das ist, äh, dass ich, äh, dass ich, dass ich Giodon gemacht habe, beziehungsweise ich mach sowas meistens mit meiner Schwester, dadurch, dass wir beide in der Richtung ganz gerne kulinarisch unterwegs sind, ach, und Giodon ist halt auch, das ist auch so ein Gericht wie eine Umarmung, weißt du, das ist so, das, 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 das nimmt dich an die Hand und sagt, nein, ist okay, ist okay, so, komm, jetzt einfach mal, einfach mal schleppen, einfach mal genießen. Ja, auf jeden Fall. Und es muss auch, es, es muss auch nicht schön aussehen, weil es einfach lecker ist. Ja. Was hast du noch? Ähm, ich habe noch ein, 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 mein, mein absolutes Lieblingsgericht aus Japan, äh, Gyoza. Oh, ich ahnte es. Ja, also es sind ja quasi, ähm, kleine, äh, Teigtaschen, weil ich glaube, es ist Wandern-Teig, ähm, ich bin mir nicht ganz, ich habe wenig Ahnung, wie sie zubereitet werden, es sind aber kleine Teigtaschen, die mit, äh, Fleisch und Gemüse gefüllt werden und die werden halt, ähm, ähm, gedämpft und danach werden sie aber nochmal kurz angebraten. Mhm. Und das einfach dann in so ein bisschen Sojasauce, äh, getunkt, ist halt eigentlich tatsächlich eher sowas wie eine kleine Vorspeise oder Beispeise, es ist ja keine Beilage, aber eine Beispeise. Aber ich kann euch allen versprechen, man kann genug Gyoza essen, dass es ein Hauptgericht wird. Ja, und, und das Ding ist Gyoza, also da kommt ja original auch wieder aus dem chinesischen Raum, äh, ne, Jiaozu, ähm, und die, ähm, also, ne, es sind halt Dumplings, so, ne, es ist halt Teig aus Mehl, wo was drin ist und es kann halt mit Fisch, mit Fleisch, mit Gemüse und einer Mischung von allem sein. Und, wie du sagtest, na, gedämpft und dann, äh, frittiert, äh, frittiert, gebraten, du kannst sie aber auch kochen, du kannst sie komplett frittieren tatsächlich auch, ja, und, ähm, ich find's, ich find's halt super, äh, ähm, lecker und, und, ähm, wie gesagt, bei Gyoza eben, na, dieses, dieses Braten und Dämpfen, diese Kombination macht's halt, also, du hast so quasi das Beste aus beiden, ne? Ja. Ich find's auch, ach, Gyoza sind so gut und vielleicht ist es auch bei uns eine vollwertige Mahlzeit, weil wir da einfach genug davon machen. Das ist absolut korrekt. Was ich übrigens nicht empfehlen kann an dieser Stelle sind, äh, äh, Discounter-Gyoza. Den Fehler hab ich mal gemacht, weil ich so, ich bin einfach im, im lokalen Discounter mit dem großen A dran vorbeigelaufen im Kühlregal, in diesem frischen Kühlregal und das, das Ding ist halt, bei Gyoza setzt mein Hirn aus. Und natürlich war mir bewusst, das kann nicht gut sein, das war mir bewusst, aber ich konnte jetzt auch nicht, also, ich konnte einfach, ich musste diese Gyoza kaufen, ich, es gab kein Szenario auf der Welt, wo ich das nicht getan hätte. Ach ja. War, war nicht zu empfehlen. Deswegen dann lieber in ein gutes Lokal gehen oder tatsächlich selber machen, äh, das ist, äh, schon tatsächlich, ach, ich krieg schon, ich krieg schon Lust drauf. Aber alleine, wenn ich drüber rede. Aber also, ähm, passend, passend zu deiner Vorspeise oder Beilage oder, oder Snacks sozusagen, äh, von Gyoza, ähm, hätte ich dann auch noch die Takoyaki. Ja, ähm, das sind ja die, ähm, kleinen Bällchen mit, äh, aus Teig und, ähm, Tintenfisch. Ja, und, und die finde ich halt, oh, die, ich liebe sie, ne, ich mag Fisch eigentlich nicht so gerne, aber Tintenfisch ist okay, ähm, und Takoyaki sowieso, ja, und, und, ähm, werden halt in der Regel auch in so einer, in so einer gusseisernen Form gemacht, die, ähm, hier, wie heißen das, dieses Holländer, Poffertjes. Ähnlich wie Poffertjes diese Form, so, ne, und da macht man die halt drin und, ähm, das Geile ist, danach kommt halt eben ein bisschen Soße drüber, ja, und Mayo immer im Japanischen und dann, ähm, wird noch, äh, ganz dünn geschabt halt, ähm, die, dieser, ähm, na, wie heißt das, der getrocknete Fisch, äh, rübergegeben. Ja, äh, ich weiß. Ja, ich hab den Namen gerade vergessen, aber unglaublich lecker und vor allem, wenn durch die Hitze die Flocken, Bonito-Flocken da noch, noch leicht, äh, sich bewegen und so und dann, ach, das ist, äh, so ein geiler Snack einfach, ja, ähm, oder auch eine Vorspeise, kann ich nur empfehlen, liebe ich. Oder auch ein Hauptgericht, wenn man genug davon ist. Ja, wobei davon, also, ne, dadurch, dass es ja auch so ein bisschen quasi frittiert, gebraten ist, so, ne, ähm, es ist, äh, wird dann sehr schnell doch etwas mächtiger und schwerer im Magen. Ja, ja, gut, das kann ich, ähm, das, das kann ich nachvollziehen. Ähm, aber was tatsächlich relativ leicht ist, aber auch sehr herzhaft, wäre mein drittes japanisches Lieblingsgericht, auch ein Klassiker, ähm, Yakitori. Mhm. Also, also, äh, gegrillte, kleine gegrillte, hauptsächlich Hähnchenspieße, also es waren im Original auch eigentlich nur mit Yakitori waren halt Hähnchenspieße gemeint. Mittlerweile ist es halt quasi ein, ein Sammelbegriff für kleine Fleischspieße oder Fischspieße, was auch immer da dann, ähm, und es ist einfach, es ist halt auch wieder das, was die japanische Küche halt auch für mich so ausmacht, es ist halt irgendwie, ähm, simple Zutaten, ähm, aber gute Zutaten, die aber mit viel Aufmerksamkeit zubereitet werden. Mhm, ja. Weil, wenn du diese, ähm, das ist ja auch, Yakitori sind ja auch ein gängiges Streetfood in Japan, und, ähm, wenn man sich das da mal anguckt, wie die das dann da, ähm, in, in, in ihren kleinen, äh, Küchen da, äh, zubereiten, ähm, dass das ja wirklich über, über dem Holzkohle, äh, über Holzkohle... So ein mini schmaler Grill, wo die Spieße direkt rüber passen. Genau, aber irgendwie oft dann, weiß ich nicht, äh, äh, auch gerne mal so anderthalb Meter lang, wo dann einfach so 30, 40 Spieße nebeneinander sind. Ja. Hast du denn eine Vorliebe von, äh, es gibt ja verschiedene Arten, also, ne, von, von Teilen des Huhns, wenn du, wenn du Yakitori hast, oder, ähm... Ähm, also tendenziell eher, eher lieber, ähm, Keule. Okay. Also, also ich bin, äh, viele Leute gehen ja auf Brustfleisch, ähm, das, das finde ich aber manchmal da ein bisschen zu, zu trocken. Und gerade bei, bei, ähm, und, und ja, für mich halt Keulenfleisch beim Hähnchen hat halt mehr Hähncheneigengeschmack, was ich aber tatsächlich ganz gut finde, gerade wenn du halt mit, dann noch mit diesen, ähm, also bei Yakitori, das ist ja auch, ähm, oft bepinselt mit einer, mit einer Soße. Das kann ja dann auch klassisch, wie es halt eigentlich bei so vielen Gerichten ist, das kann alles Mögliche sein. Oft ist halt irgendwie Sojasauce oder Miso mit im Spiel oder beides. Und das hat ja einen sehr starken, würzigen Geschmack und dann finde ich, dann hält so ein Hähnchenkeule, hält er besser gegen. Ja. Das ist, ich weiß nicht, wo wärst du denn da tatsächlich? Ähm, es gibt ja diese Yakitori, die so quasi so ein Fleischklößchen, also von Hunan, die sind ganz lecker. Ich mag aber auch die Torikawa, ähm, die haben also mit, mit der Hühnerhaut, ja. Und ich liebe halt Hühnerhaut, wenn die so knusprig ist, ja. Meine Frau mag das gar nicht, ich liebe das. Also auch wenn ich eine Hühnersuppe mache, ne, äh, kaufe ich immer nicht einen Suppenhuhn, weil da ist ja nichts dran, sondern ein normales Brathähnchen oder so. Und dann, wenn das Hähnchen ausgekocht ist, dann löse ich die gekochte Haut ab und brate sie nochmal an und dann wird die wieder knusprig. Und dann kann ich die wunderbar noch mit in meine Suppe bröseln. Heiße Empfehlung für jeden, der Hühnersuppen selber macht. Ähm, weil, also, die Haut ist das Beste. Nein, tut mir leid, da bin ich voll bei deiner Frau. Nein, die Haut ist das, das ist aber super, weil dann nehme ich immer die Haut wein, ne. Das ist halt optimal. Ja, das ist, äh. Ich mag Menschen, die die Hühnerhaut nicht mögen, weil dann habe ich mehr davon. Ja, das ist, das ist, äh, ja. Es ist, wobei das vielleicht ganz kurz abseits vom eigentlichen Thema, ich das immer so irritierend finde, äh, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, mit jemandem, ähm, essen bist und du magst zum Beispiel Pilze, er mag keine. Er hat sich ein Gericht bestellt, wo Pilze mit drin sind und fängt automatisch an, dir die Pilze rüber zu schieben. Und du denkst dir so, ja, ein, zwei ist okay, aber nur weil ich Pilze mag, möchte ich jetzt nicht alle Pilze dieser Welt essen. Ja, also in der Beziehung, ja, kann man sich darauf, dann hat man das natürlich drin, aber so unter Freunden würde ich das auch nicht einfach so machen. Ähm, ja. Ich würde nochmal, äh, was mich würde interessieren, gibt es ein japanisches Gericht, das du gerne noch probieren möchtest, das du noch nicht gegessen hast? Ja. Okay. Und was ich auch gerne selber zubereiten möchte. Uh. Ja, Okonomiyaki. Ah, sehr lecker, kann ich auch nur empfehlen, ja. Ja, also für alle, die es nicht kennen, ich versuche es mal zu beschreiben, es ist garantiert falsch, weil das, glaube ich, auch eine Sache ist, die super regional ist, äh, in Japan, wo du, also, es gibt quasi nicht das Okonomiyaki. Ähm, es ist aber quasi ein, nennen wir es mal ein Pfannkuchen-Teig, ähm, oder Pfannkuchen, ähm, mit aber allem. Ähm, und, und halt häufig mit, mit Kohl und irgendwie, du kannst ein Ei reinkloppen, du kannst auch Speck reinwerfen, du kannst getrockneten Fisch reintun, Gemüse, was auch immer. Und, ach, ich, ich, ich... Und Soße und Mayo. Ja. Immer Mayo. Ja, und ich gucke mir regelmäßig Streetfood-Videos an, wo es nur darum geht, dass Okonomiyaki gemacht werden. Also da, äh, kann ich dir ganz groß empfehlen, ja, ähm, der Danny von unserem anderen Podcast, er folgt das aber lustig, ähm, kennt in Düsseldorf ein sehr gutes Okonomiyaki-Restaurant, und mit dem kannst du da sicher mal hingehen, ähm, 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 und das Lustige ist, weil du sagst, es gibt nicht das Okonomiyaki, ja, ähm, ich hab nochmal schnell gegoogelt, weil ich mir nicht sicher war, ob es das war, aber ich hab nochmal die, die Bedeutung von Okonomiyaki gesucht, äh, gesucht. Okonomii heißt, wie es dir gefällt, wie du magst, und Yaki ist ja nur gebraten, das heißt, gebraten, wie du es magst, deswegen kann es gar nicht das Okonomiyaki geben, sondern so, wie du es magst, ist es dann halt. Aber du hast es sehr, sehr gut beschrieben, es ist tatsächlich eben so Pfannkuchen, Omelette-Style, und dann eben alles Mögliche da drauf, ne, und Kohl wirklich oft, und, ähm, dann meistens auf so einer heißen Platte gebraten, ja, am Tisch, ähm, es ist ein sehr geselliges Essen, ähm, und wie gesagt, ich empfehle mit Danny da, äh, mal zu sprechen und da das Restaurant zu besuchen, weil da waren wir auch mit denen, und das ist echt lecker. Ja, das werde ich auf jeden Fall tun. Ach, jetzt, ach, ja, gut. So, jetzt hatten wir 20 Minuten Zeit, um mir Hunger zu machen, und es ist gelungen. Ja, also ich habe, ich habe ein Essen, was ich noch nicht probiert habe, was ich eigentlich gerne mal machen würde, Natto. Ja, ähm, ist, glaube ich, das, wo, wo die meisten vor Respekt haben, aber ich würde es unglaublich gerne probieren, ähm, ist das, äh, fermentierte Sojabohnen, ja, die man meistens eben mit Reis zum Frühstück isst, in Japan. Und ist halt auch in Japan nicht ganz so einfach, weil es hat halt doch einen deutlichen Geruch, ähnlich wie Kimchi, ja, ähm, und, ähm, du, ähm, ja, die ziehen dann, also es ist sehr klebrig, es zieht Fäden und so, ja, und, und, äh, es ist halt, ich glaube, das ist so was sehr Spezielles, aber ich würde es einfach gerne mal probieren, weil ich das noch nie gegessen habe, und ich glaube, weil ich auch Kimchi und, und fermentiertes eigentlich generell sehr mag, das könnte mir sogar schmecken. Ja, das ist also, äh, bei fermentiert war ich, äh, schon raus, und ich habe jetzt gerade auch mal schnell gegoogelt, und die Bilder sagen mir auch. Es sieht nicht gut aus, es sieht auch nicht lecker aus, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr spannend. Ja, das, das glaube ich, ich glaube, also, ja, doch, das, das klingt auch so, als könnte das was für dich sein, zumindest etwas, was du, äh, probieren kannst, und, ja, äh, ich, ich, ich bin da absolut nicht dabei. Ja. Aber, ähm, ich würde sagen, Martin, äh, sehr spannend, ähm, und, und ich finde es immer schön, äh, wenn wir mal so uns auf eine Region fokussieren, das sollten wir häufiger machen. Ja, ich habe so ein Gefühl, dass wir das, als hätten wir fast drüber geredet. Ja, ja, also wir sollten das auf jeden Fall, äh, vielleicht machen wir da eine kleine Serie draus, ja, ähm, aber, ähm, lasst uns dazu auch gerne einen kurzen Kommentar da, was haltet ihr davon? Und sollen wir mal zu bestimmten Regionen unsere Lieblingsessen, ähm, ähm, darstellen, vielleicht auch, wie wir dazu gekommen sind? Was haltet ihr davon? Da bin ich sehr gespannt und, und würde gerne euer Feedback haben. Ja, schreibt das auf jeden Fall gerne in die Kommentare auf etwasgenuss.de oder noch viel besser, kommt zu Facebook, kommt zu den Genussfreunden, eine kleine Community, ich verschluck das jedes Mal, wenn ich es sage, eine kleine Community, die wir ins Leben gerufen haben, wo wir uns austauschen, ähm, mit euch und, und zu unseren gemeinsamen Genussmomenten. Kommt gerne vorbei und sagt uns da, ähm, welche japanischen Gerichte ihr mögt, welche Region wir als nächstes abkaspern sollen, ähm, schaut auf Instagram vorbei, schaut natürlich auf YouTube vorbei, ähm, bewertet uns als Podcast, da wir uns bewerten können, äh, auf der Plattform, Twitter, der Shop. Überall, überall. Überall, wir sind einfach überall. Und ansonsten schaltet gerne auch wieder zur nächsten Folge ein. Danke fürs Zuhören. Ja, es war mir wieder eine besondere Freude mit dir, David, und, äh, Gleichfalls. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern und würde sagen, wir hören uns in den nächsten Genussmomenten wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.